In den heutigen Vivi-News schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten sehr guten Comic-Drop an. Unter anderem gibt es die Ankündigung für noch einen weiteren Comic-Drop diese Woche. Und wir gehen auf das Thema ein. Hat Reese illegalerweise Omi-Token verkauft? Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und deswegen würde ich sagen, wenn dir mein Kanal gefällt und du auf jeden Fall noch nicht abonniert hast, dann solltest du das definitiv jetzt machen, denn so verpasst du kein neues Video mehr von mir und bleibst immer auf dem Laufenden, was das Thema Vivi und auch den Omi-Token angeht. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt auch rein ins Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit dem nächsten Comic-Drop. Und der wird nämlich schon heute stattfinden. Es tut mir leid, dass die Ankündigung echt so spät erst kommt. Aber es hat sich einfach nicht gelohnt, gestern ein Video zu machen. Es war einfach nichts los bis auf diesen Comic-Drop. Deswegen jetzt auf jeden Fall die Info. Deswegen immer auch schön die Glocke aktivieren, dann bekommst du es auf jeden Fall immer mit. Auch wenn das Video rauskommt. Hier sehen wir nämlich die First Appearance von Namor. Für die Leute, die auf jeden Fall den Film Wakanda Forever gesehen haben, die kennen Namor auf jeden Fall, das Submariner. Und er wird hier auf jeden Fall das erste Mal auftreten in Fantastic Four. Hashtag 4 aus dem Jahre 1961. Also wirklich lange, lange her. Das Ganze wird natürlich wie immer um 17 Uhr deutscher Zeit droppen mit exklusiven Rare und auch Ultra-Rail-Covern. Das sind einmal die Cover, die wir an dieser Stelle sehen werden. Unter anderem schauen wir uns mal direkt auch die Drop-Details an, denn die sehen nämlich auch generell sehr, sehr gut aus. Hier haben wir nämlich für eine 9.6, tatsächlich wir haben gar keine 9.8 an dieser Stelle, eine 9.6 für 81.000 US-Dollar. Was schon ziemlich gut ist. Wir haben natürlich aber hier auch noch nur sechs Stück und wir haben auch keine 9.8. Dementsprechend fehlen uns hier tatsächlich auch die besseren Rates. Aber ja, nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein starkes Comic, was man definitiv mitnehmen kann. Ich persönlich nehme jedenfalls den Drop mit, da wir hier auch tatsächlich nur 7.500 Editions haben. Kommen wir zum nächsten Comic-Drop. Und das Comic wird die First Appearance von Havok beinhalten. Und das ganze Comic wird an dieser Stelle am Donnerstag um 17.00 Uhr Zeit droppen. Das Ganze ist Uncanny X-Men, Hashtag 58 aus dem Jahre 1963. Auch also hier ein älteres Comic mit exklusiven Rare und auch Ultra-Rail-Covern. Das Ganze wird wahrscheinlich um die 7.500 bis 10.000 Editions haben. Das sind einmal die Cover, die wir an dieser Stelle sehen werden. Ich finde tatsächlich das Common und auch Ultra-Rail-Cover gar nicht mehr so schlecht. Je nachdem, wie es sich auf jeden Fall preislich entwickelt, werde ich mir das auch holen. Und preislich gesehen ist es aber tatsächlich gar nicht mal so teuer. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier eine 9.8 auf GoCollect für 7.500 US-Dollar. Ist natürlich schon ganz schön viel für so einen Comic. Nichtsdestotrotz sollte man aber beachten, wir haben ja auch nur 16 Editions. Dementsprechend ist das auf jeden Fall relativ okay. Wenn wir uns aber schon auf jeden Fall niedrige Grades anschauen, dann sehen wir hier auch direkt eine sehr, sehr schnelle Abstufung. Das heißt, wir haben es ja eigentlich im Prinzip nur wirklich mit einem sehr günstigen Comic in den niedrigen Grades zu tun. Es gibt halt dadurch, dass es nur sehr wenige Hochgradige gibt, ist natürlich auch der Preis deutlich höher. Wie gesagt, 16 Stück haben wir hier nur dementsprechend zieht natürlich auch der Preis nach. Aber wir sehen auch direkt hier mit steigender Editionzahl, ja, eine 9.0 bekommt man schon für 750, also für das Minus-10-Fache. Das ist schon eigentlich, ja, muss man sagen, bedenklich. Jedenfalls bei dem Comic für mich persönlich kein Job, den ich jedenfalls so mitmachen werde. Da werde ich mir, wenn überhaupt, das Cover auf dem Secondary Market holen. Da ich jetzt hier schon an dieser Stelle deine Aufmerksamkeit habe, hier eine ganz kurze Ankündigung, und zwar für dich. Und zwar für den Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit. Dort gibt es wieder einen Livestream und das zusammen mit dem guten WC-Intel, mit einer der größten Vivi Whales im deutschsprachigen Raum. Und noch Tony Montana an dieser Stelle, auch ein sehr interessanter Mann, der an dieser Stelle auch schon einiges an Erfahrung mitbringt, was das Thema Investieren angeht. Und wir werden am Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit hier einen Livestream machen zusammen und das Thema behandeln, wie geht es bei Vivi weiter. Unter anderem die Pros wie auch Contras mal beleuchten und einfach mal wirklich intensiv das ganze Thema beleuchten. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich auf euch und wir sehen uns am Donnerstag um 20 Uhr. Kommen wir nun zu dem Thema, hat Reese an dieser Stelle mit einer der Team-Member bei Ecomi illegalerweise Umi-Token abgestoßen, bevor Announcements kamen, beziehungsweise mit dem Announcement abgestoßen, damit mit Insider-Trading gehandelt. Ich war außerdem gerade noch mal beim Schneiden, deswegen nicht wundern, vielleicht eine andere Position, beziehungsweise ist nicht ganz so kompakt, beziehungsweise nicht so ganz übergängig hier zu dem anderen Teil des Videos. Aber Reese hat an dieser Stelle verkauft, bevor es einen Pump gab, beziehungsweise hat vielleicht in den Pump reinverkauft, wo man sagen muss, okay, hey, das hat ja theoretisch jeder andere auch machen können. Klar, er wusste das an dieser Stelle schon, dass es dann pumpen wird. Aber im Endeffekt hatte er an dieser Stelle nicht wirklich einen mega Vorteil gehabt, denn ich persönlich hätte zum Beispiel auch in den Pump dann reinverkaufen können. Es ist natürlich trotzdem eine kritische Sache, wenn man das so nah dran macht. Nichtsdestotrotz wäre es meiner Meinung nach jedenfalls erst richtig kritisch, wenn er gekauft hätte, bevor das Announcement kommt, beziehungsweise verkauft hätte, bevor der Kurs nach unten gejobbt hätte. Beides ist aber an dieser Stelle nicht passiert und meiner Meinung nach dementsprechend auch von weniger Relevanz, weil er hat an dieser Stelle nicht wirklich davon profitiert, weil ja, einen Kurs hätte jeder reinverkaufen können, wenn er Bock gehabt hätte, dementsprechend. Deswegen sehe ich das persönlich ehrlich gesagt nicht so ganz kritisch. Aber wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne eure Meinung zu diesem ganzen Thema in die Kommentare. Und ich würde sagen, jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit dem zweiten Teil des Videos. Wie gesagt, nicht wundern, da sage ich noch ein paar andere Sachen. Ich habe das, wie gesagt, jetzt nochmal hier im Schnitt aufgenommen. Das ist eine sehr gute Frage. Um mal ganz kurz vorweg zu sagen, das Ganze sind wirklich mehr oder weniger Blockchain-Transaktionen, die von Leuten nachverfolgt wurden. Ob das Ganze an dieser Stelle wirklich Relevanz war, kann ich euch persönlich zu 100% nicht sagen, da ich das selber nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach nicht in der Lage bin, ehrlich gesagt, über Blockchain das nachzuvollziehen. Ich bin leider kein Experte. Falls du das da draußen durchschauen kannst, schreib mir auf jeden Fall sehr gerne und lass uns auf jeden Fall für die Community was kreieren. Denn ansonsten, wie gesagt, sind das auf jeden Fall bis jetzt erstmal nur Daten, die an dieser Stelle vorliegen von Leuten, die das Ganze anscheinend auch recherchiert haben. Und CryptoBraw hat das jetzt an dieser Stelle einmal zusammengefasst. Und es geht hier um zwei Announcements, unter anderem um das Marvel-Announcement und um das Announcement von der neuen Börse OKX für den OMI-Token. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz an. Insgesamt geht es hier um etwa 100.000 US-Dollar und insgesamt 55 Millionen OMI-Token, die insgesamt verkauft wurden von diesem Wallet. Und diese ganzen OMI-Token wurden immer kurz bevor ein Announcement kam verkauft beziehungsweise nicht direkt verkauft, das wissen wir nicht, sondern sie wurden auf eine Exchange geschoben. Und das bedeutet häufig, dass an dieser Stelle auch diese OMI-Token dann verkauft werden, geswappt werden in andere Tokens, whatever. Das wissen wir natürlich nicht. Das muss man auf jeden Fall an dieser Stelle ganz klar betonen, wie das hier aussieht. Also wir haben hier insgesamt zwei Bilder. Einmal haben wir hier an dieser Stelle diese 30-Millionen-Transaktion, die am 23. Juni getätigt wurde. Wie gesagt, wir wissen nicht, wann das Ganze verkauft wurde. Das Announcement dann für Marvel kam tatsächlich am 24. Juni, das heißt nur einen Tag später. Das ist natürlich meiner Meinung nach auch schon sehr verdächtig. Die Frage ist aber, wie gesagt, wurde es davor oder danach verkauft? Und das wissen wir einfach nicht. Wir schauen uns aber auf jeden Fall nochmal hier einen anderen Chart an, und zwar nämlich mit OKX. Und hier ist nämlich das Gleiche. Wir haben die Ankündigung hier am 2. August bekommen, und diese Transaktion von 25 Millionen OMI-Token wurde an dieser Stelle am 1. August getätigt. Wenn wir uns jetzt diese beiden Daten nochmal anschauen, auf dem Bitcoin-Chart oder auch dem Ethereum-Chart, wäre es hier eine Möglichkeit, dass Reese sich dafür entschieden hat, hier die OMI-Token zu swappen vor dem Announcement. Wie gesagt, wir wissen es nicht, wann die ganzen Token verkauft oder geswappt wurden, aber hier wäre es auf jeden Fall möglich, denn Bitcoin hatte sich zu diesem Zeitpunkt, jedenfalls zu dem Marvel-Announcement hier unten, auf jeden Fall an einem regelrechten Tiefpunkt befunden. Weswegen es möglich wäre, dass Reese sich an dieser Stelle hier entschieden hat, hier das Ganze in den Bitcoin zu stecken und nicht in OMI zu halten. Und dann haben wir hier oben noch das OKX-Announcement, das war hier so in dem Bereich in etwa. Und hier hatten wir auch eine schöne Rejection von Bitcoin nochmal auf eine Support. Dementsprechend wäre es hier auch nochmal möglich, dass Reese sich entschieden hat, nochmal weiter nachzukaufen. Das sind alles natürlich nur Vermutungen meinerseits, aber es könnten auf jeden Fall hier diese Transaktionen erklären, warum er das Ganze nicht weiter in OMI halten wollte, sondern in den Bitcoin stecken wollte. Nichtsdestotrotz, wir wissen, wie gesagt, nicht, wurden die Token wirklich verkauft, bewusst, um Insider-Trading zu machen oder nicht. Ich hoffe, dass wir es auf jeden Fall am 15. Mai klären können, denn am 15. Mai habe ich nämlich den guten Reese-Scaler hier auf meinem Kanal auf ein AMA mit auch ein paar anderen Leuten zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wir werden das auf jeden Fall wie letztes Mal gestalten, dass ihr auch hochkommen könnt, Fragen stellen könnt und so weiter und so fort. Darauf freue ich mich auf jeden Fall riesig und ich hoffe, dass wir dann auf jeden Fall hier dieses Thema klären können. Ja, ansonsten schauen wir uns mal ganz kurz den OMI-Kurs an, beziehungsweise den Allgemeinkurs, denn Bitcoin ist über die 30.000 und OMI ist minus 3%. Ja, insgesamt muss man ganz klar sagen, Bitcoin ist gerade wieder schön am Pumpen, momentan sind wir hier über die 30.000 US-Dollar gepumpt heute Nacht und wenn man sich hier die letzten 90 Tage anschaut, dann haben wir wirklich hier eine sehr, sehr schöne Entwicklung nach oben. Ich bin gespannt, wo es auf jeden Fall hier noch hingeht, ob wir die 40.000 in der nächsten Zeit knacken, ja, oder ob das vielleicht doch nochmal nach unten geht. Ich bin sehr gespannt, das aber nur ganz kurz am Rande. Und das war es dann dieses Schnitt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.